Hey Reelsocks Ja Bruder Hast du auch irgendwie das Gefühl Fortnite Bock nicht mehr? Bruder ich schwör auf alles ne Ist ja irgendwie nicht mal so wie früher Weißt du noch damals in den alten Zeiten Du kommst du kaputt von der Schule Du hast richtig Bock Du guckst Standardskill Video Junge Weißt du noch Standardskill damals Boah Bruder Legende Und dann Hast richtig Bock Fortnite zu spielen Junge Aber richtig Bock Du gehst an mit deinen Freunden Hast richtig Bock Und dein Tag ist geregnet und jetzt Du gehst an Hast nicht mal Freunde Digga Und guck mal wie man läuft Raus im Stock oder was Stock im Haus Digga Du hast recht Bruder Oder weißt du noch Bruder Damals so einfach so Diese OG Städte oder allgemein die Waffen Bruder Schau dir das mal an Digga was ist da Oh mein Gott Oder guck dir mal meinen Skin an Guck mal wie der läuft Bruder was ist das Paranunciale que pare nieto meme por favor Pare nieto meme Bruder oder was sind das mit Tänze Digga Guck dir das mal an Was ist das? Was ist das Digga Es wäre schon krank wenn wir jetzt wirklich wieder das alte Fortnite spielen könnten Was haben die mit Fortnite gemacht Diese Stadt hier sieht aus wie in Cayo Perico in GTA Digga Bruder sind wir im Motorrad Simulator oder was Digga Was ist das? Bruder ich sag dir ehrlich diese Fortnite macht gar keinen Bock mehr Digga Guck mal was ist passiert Nur noch Bots hier Bruder Weißt du was jetzt geil wäre Wenn wir jetzt noch OG Fortnite spielen könnten Was das für Bruder das wäre Digga GG's Digga Stell mal vor das geht Geht das überhaupt Bruder? Ich glaube ich kenne da sowas Hä wie? Ich glaube man kann heute noch OG Fortnite spielen Nein Boah ey Das geht Das geht Aber niemand weiß das OG Fortnite wie damals Digga Bitte mal Mach mal jetzt Zähl von 3 runter 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 6 4 5 6 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 20 16 17 18 19 19 20 Das sieht man nicht mal! Das Getränk sieht man nicht mal! Wie damals, oh my god, alles ist OG, ne? Lass mal Richtung Salti Springs, Junge! Bro, lass mal Sky-Based One, komm, ich hab Jumped, Bruder, lass mal... Ja, hast du wirklich genug Mets? Ja, Bruder, lass mal DB gemacht, ne? Ja, okay... Mach mal hier keine Faxen, Junge! Musst du faxen, Bruder? Ich wohne mal ein paar Mets... Bro, Sky-Based One! Ey, 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 ey! Digga, Bro, nein! Ey, nein, Junge! Nein! Bruder, Resox, ist das jetzt dein Ernst, Digga? Bro, komm, nix rund... Battle Pass bekommen! Bruder, ich hab irgendwelche Items bekommen, hä? Hä? Bro, ich hab Battle Pass bekommen! Guck dir mal den Battle Pass an, Bro! Season 7! Das kannst du bekommen, ne? Bro, guck mal, die alten Cups, die alten Cups sind da! Was?! Bro! Guck mal, Battle Pass! Battle Pass hab ich gesehen! Guck dir mal den Itemshop an, das ist wie damals! Jungs, wer nämlich supporten wollt, übrigens, gebt diesen Crater-Code ein! Gijiru6, er hat... Ich küsst jeden seinen Ernst, wer diesen Crater-Code drin hat! Kuss! Kuss, Digga! Hey, Bro, hast du V-Box, hast du V-Box? Ich hab 300 V-Box! Okay, Bro, wir machen den Verlierer! Wir machen jetzt... Der Erste, der stirbt, der muss den Anderen eins checken! Ja, okay, okay! Der, der als Erstes stirbt, ne? Jaja! Oh, nein, Digga! Okay! Boah, das sind alle V-Box! Ich hab ja noch die Fortnite! Ey, Bruder! Ja? Sag mal, Salti Springs! Salti Springs! Ey, Bruder, mach das! Guck mal, da rum links! Ey! Bruder, ich sag dir ehrlich! Wir gehen jetzt nach Tilted, Bruder! Wenn du Eier hast, gehen wir jetzt nach Tilted, Junge! Bruder, aber ich sag dir ehrlich! In Tilted House gehen eigentlich nur Profis! Und du bist ein Noob, Bruder! Jaja! Und was hab ich da grad für'n Skin an? Ich glaub, den hast du nicht... Oh! Blue Pump! Oh mein Gott! Ah, aber die landen drei Gegner! Jaja! Tschüss! Bei mir ist niemand gelandet, Junge! Ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Haha! Jungs! 200er im Ort gehört direkt mir! Das weiß ich jetzt schon! Ja, ja! Werden wir sehen! Nein, nein! Bei mir ist einer! Oh! Oh! Ich hab ihn! Bruder, ich bin einfach... Das war einer! Das war einer! Ey, Bruder, ich brauch deine Hilfe! Oh mein Gott! Hey! Ganz Gebäude eingeschüttet! Oh! Wie in den alten Seiten einfach, ne? Ich glaub's nicht! Oh mein Gott! Ja! Ich hab ihn! Was? Bro, GG's! Ich brauch... Ich brauch... Ich hab Tag! Ich brauch Minis, Bruder! Ich hab eine Mini! Ich hab eine Mini! Komm, komm, komm! Gegner! Ey! OG-Dings! Wie heißt der Nummer? Oh mein Gott! Was? Bro, ist das Schooltrooper? Digga! Der ist auch OG-Spieler! So wie du! Aber Bruder, du bist von Münch! Das ist... Haha! Was der Sack! Du bist von Temo, Junge! Ey! Bro, er holt mich gleich! Nein, 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 nein! Bruder, 200 Teile Mod! Was schreit der so, Digga? Was schreitst du oder so? 200 Teile Mod ist meiner, Junge! Ja, was geht ab, meine Freunde der... Aiiiiiii! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen, Leute! Welchen Mod willst du? GG 80, Junge! GG 80! Welchen Mod willst du haben? So, Bruder, schau mal! Hm... Was sollen wir nehmen, Leute? Ich schmecken auf den Nacken, auf den Nacken, auf den Nacken... Lufthorn, ja? Lufthorn? Ja, weil du auch immer so schreitst, deswegen... Ja. Oh! Gigi Robert! Du wurdest geschenkt von Gigi Robert. Unverdient Paul Berger. Ja, Junge. Öffne mir mal. Hey, Bruder, du schenkst mir das, ja? Das musst du wirklich nicht sein, Digga. Ich küssen. Ja, ja. Nächstes Mal, du wirst sehen, du schenkst mir den ganzen Battle Pass. Den kriegst du von mir, Junge. Ah, siehst du... Ah, was er macht, Digga. Bruder, was machst du bitte hier? Wir drehen gerade ein Video, Junge. Was machst du? Ich spiel gerade Fortnite, er sagt Rülps-Challenge, Digga. Bruder, wir bauen jetzt Sky-Base. Diese Runde, Bruder, wir gehen jetzt nach Wailing Woods und bauen Sky-Base, Digga. Bruder, auf was für Ideen kommst du denn? Ey! Ey, Bro, kommt mal hierher, hier ist Peter Griffin, Digga. Wie? Bruder, hier ist Peter Griffin. Hä? Was? Wie? Der Chapter 1, Bro? Hä? Wow! Bruder, ich hab Spaß. Ich schwöre, ich hab Spaß. Direkt. Bruder, Bruder, das ist ein Gegner. Ich hol den einen. Ich kann den einen holen. Oh, wie ist der Gegner? Wie ist der Gegner? 40er Hit. Ja? Ich hol den, ich hol den. Bruder, aber wir brauchen Metzlisch. Ja! Digga, Bildshot-Type! Was? Nein! Nein, Bruder! Nein! Nein, Bruder, der hat mich schon mal hierher. Digga's. Ach, Digga's. Komm, Dulz den, Junge. Der ist schlecht. Komm! Nein, was machst du? Junge, sei mal leise, du redest mir zu viel. Unbeschadig, ja. Pew, sì. Mr. Spannende eine Aktions Dale. Wait, Ihriges. veo $90. Am sparen. Beide. Tochter, вчk�, abgelegt.